Einer von General Totenkops Offizieren verwahrt laut Einsatzbesprechung die Akte in ihrem Hauptquartier. Diese Akte enthält Informationen zur genauen Lage von Totenkops Basis. Womöglich ist das unsere letzte Chance, Blazkowitsch. Ich habe einen Plan. Ich gehe in die Festung, töte jeden verdammten Soldaten. Die Fehler von diesem Arschlöchern gibt es auf dieser Welt. Ich hab noch deutlich. Ich werde das Haus durchbringen. Du musst schiefen. Ich schiefen. Du bist schiefen. Du musst frei. Du bist schiefen. Ich bin dir. Du bist schiefen. Du musst schiefen. Ich bin es. Untertitelung des ZDF, 2020